Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Super Tor! Vor allen Dingen finde ich hier, dass Collins das Eck stark macht! Und wie stark er das macht! Gute Flanke, geiler Schuss! Geiles Tor! Wo ist der nächste Mitspieler? Da ist er, da ist er! 2-0, siebte Minute! Was für'n Start! Es waren drei Elfmeter und alle gehalten. Ja, ich glaub schon. Oh, was seh' ich hier? Was seh' ich hier? Was? Was spielt der? Nein, 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 nein! Was? Hab ich irgendwas verpasst oder ist das neu?